Mit dem Challenger sieht richtig Bombe aus. Jetzt holen wir uns Koper, dann Schiff. Jeder weitere Beifang ist ein Bonus. Ich helfe nicht dabei, alle Five Tens einzulochen. Hier interessieren korrupte Bullen und Mörder sonst nichts. Apropos Mörder. Wir verpassen Schiff lebenslänglich. Kennst du ihn? Gehst du zurück in den Bau? Ja, ja, ist ja okay, wir machen ja schon unseren Job. Mein Gott, wir wollen uns ja auch...